Timmy, der Pfarrer, will die Todeshotel runterrutschen. Sie ist so gemütlich, dass schon viele dran gestorben sind. Tante Bettina, mein Vater, deine Mutter und Oma Großmutter und Tina Turner. Tja, sehr schade. Jetzt will der dumme Pfarrer auch noch sterben. Oh, einen schönen Tod wünsche ich dir. Oh, du armer. Bist du tot? I will sleep. Er ist tot.